Ja, hallo und viele Grüße von Sherpa Dresden. Wir sind ein ganz junges, neues Mitglied im Syndicate in Sachsen, die seit unserer Gründung. 2014 sind wir dabei. Wir sehen ein großes Potenzial im High-Tech-Netzwerk, viel gutes Wissen, Mentoring-Kapazitäten, die wir sehr gerne an die Gründer Sachsen und Dresden bringen wollen. Die Veranstaltung unterstützen wir sehr gerne. Wir wollen auf gute Gespräche hoffen. Und in diesem Sinne wünschen wir Happy God's Day in Sachsen!